Daniel, das Gewinnspiel ist seit zwei Monaten vorbei. Ja, ich weiß mit es. Aber jetzt ist der Tag gekommen, an dem dieses Paket seinen verdienten Empfänger findet. Jawohl. Alana, wir gratulieren dir. Zum 100. Sieg. Zum 100. Sieg? Zu was für einem Sieg? Nachträglich zum 18. Geburtstag. Hatte er Geburtstag? Er hatte Geburtstag. Ja, dann herzig, blüpf und schnarcht, ecklich. Und zu diesem granatenmäßigen Paket. Wir verraten natürlich nicht, was drin ist. Ich hoffe nur, ich kann es morgen zur Post bringen. Luft kann man immer verschicken. Ist eine Menge Luft drin. Ja, mach es kaputt. Nee, nee, da kannst du nichts kaputt machen. Da wirst du viel Spaß mit haben, denke ich. Was soll man noch sagen? Du warst verdammt schnell mit der Lösung. Respekt. Nächstes Mal gebe ich nicht so gute Tipps. Naja, dann, ne? Bald mal Zeit. Taliro. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Wulsch!